Eeeh Könnt ihr eigentlich direkt wieder Kinder machen? Ja You're dead? Los, los Kinder machen 15 Nahrung, also ab 5 Nahrung Können die Kinder machen Wenn 5 Nahrung pro Familie im Haus ist Da machen sie Kinder und können sie Kinder machen Vorher läuft's halt nicht, weil die Kinder müssen ja einwert werden Ist ja klar Habe ich jetzt gar keinen mehr, der auf dem Bauernhof arbeitet? Warum das denn nicht? He? Achso, weil nur noch einer und der hat jetzt Holz und Ah, okay, aber den hab ich jetzt Mit der nächste Junge hier halt Knut Knut Farmer Knut ist schon 10 Jahre alt Das dauert noch ein bisschen, bis der kommt Sind ja alle 4 da? Nee Einer ist noch am arbeiten Der Lebenssammler, der schaufelt lieber Leben, statt seine alte zu schaufeln Das sind Wikinger Egal Weizen ist immer mit denen noch nicht so wichtig Aber ihr könnt auch schon mal ein Mädel machen Wir haben ja noch Wir haben ja noch Kerle, die nicht verheiratet sind Von daher Wenn ich eine ungerade Zahl an Familien habe, die ungerade Zahl an Kinder machen Dann Mache ich immer 2 Paare und ein Mädchen Guck mal hier Kommt zum Beispiel schon mal das erste Baby wieder das neue Das wird Das ist der Junge Sehr gut Das ist gut, wenn der Junge zuerst da ist Das ist der Junge 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 Navig Gerne 嗎 Bus Als Halb K taschen Teil Mr Sy braucht man das zwingt ich weiß es nicht hier ja hier wenn wir jetzt den obst und der obst aber hat keine anderen also es gibt nur noch den pilz sammler der wird zum drehen das ist ganz gut damit sich unsere leute noch wohler fühlen und ruhen haben und im tempel dann gibt es noch den bäcker und dem bierbauer bier ist natürlich gut für die soldaten alles klar also brauchen wir nicht zwingend zusammen als wahrscheinlich machst du jetzt machst du jetzt kind oder was du sollst kind machen kürzlich haben wir wie es eigentlich kocht gerne und benötigt dann wirst du jetzt farmer dort die kann dann gleich heiraten so los gehe heiraten los gehe neue kinder machen los gehe neue kinder machen wobei nee du wirst nicht du wirst nicht farmer du wirst jäger damit wir damit wir neue dingsanlagen kriegen so willst du hin junge dame jetzt möchte ich wahrscheinlich doch zu knut hier kommt knut knut dort weg knut hat keinen bock auf heiraten sie hat ihn doch gefunden und verheiratet schade knut jetzt küssen sie sich und ihr könnt jetzt da einziehen los gut du mach essen mann 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 sind die alle da sehr gut hier sind jetzt ein babys machen weiter du machst jetzt auch noch jäger ja mal gibt es wieder ein paar mehr berufe ein paar neue mehr torhild hier gabelbart gabelbart ach du meine güte torhild ist das mädchen und gabelbart ist der junge na super aber gut ja mensch oh du sollst mal wieder was essen lieber kundschafter ist doch mal hier ein strauß also ein strauch ist kein strauß strauß ist vielleicht nicht so lecker kannst auch ein bison essen wenn du bock hast das sind ja noch mehr jetzt bist du erstmal wieder fit und jetzt kannst du nicht mehr rüber wahrscheinlich haben wir hier doch keine gegner finde ich ziemlich schade eigentlich aber gut dann müssen wir uns da noch was einfallen lassen und jetzt warten wir jetzt warten wir ziemlich lange weil jetzt müssen wir warten bis die kinder nämlich wieder wachsen sind damit wir wieder jemandem neue arbeit zuweisen können alle unsere familien außer einer hat jetzt kinder aber die müssen jetzt auch erst wieder nahrung sammeln wir haben nämlich nur noch 10 nahrung von 10 nahrung von 10 nahrung oh hier ist noch mehr stein sehr schön da sind da war das bison wurde getötet wenn da ein kadaver ist wurde das bison getötet dann könnte es sein dass wir hier andere leute haben ja mensch gucken wir uns die mal an fahrzeuge 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 noch eine kojote gleich eine schlange die alle tier liebt ach die alle tiere liebt komm doch mal mit in mein wick warm so blinder adler von der krähe berührt falkenauge und falkenauge und er macht erstmal ein Nickerchen in einem fremden Lager cool hat er Falkenauge einer der sieben Samurai ist im Indianer Lager und mal gucken Diplomatie so Häuptling Schlaches Herz Appalachie Ok Zwischen euch und meinem Volk herrscht Friede jedoch haben wir keine freundschaftschlüsse wenn ihr wollt dass wir mit euch freundschaftschlüsse uns folgenden Tyrot 25 Nahrung 48 Töpfen im Lager Na mal gucken Na mal gucken So Du bist wieder da Sehr gut Dann könnte das doch mal weiter Haben die irgendwelche militärischen Mächte die man ausrotten könnte Was ist denn eigentlich deren Holzfällerzelt Sammelzelt Sammlerzelt Sammlerzelt Ok Legazelt Ok Legazelt Kommen die Bier sonst echt töten Ok Interessant Du hast 3 Nahrung und 3 Leder Sehr gut Wie sieht das hier aus Hat den Beruf Jäger erfunden 12 Jahre alt Das andere Balk Ist Habe ich jetzt 2 Mädchen gemacht? Ach ne das sind 2 verschiedene Hier ist der Junge Gabelbart Gabelbart ist 6 Was? Ach ne hier ist der 2te Gesurt 13 Jahre Sehr gut So Hier ist nichts mehr von denen Geh mal nach oben Guck mal da Ach hier ist ganz schön viel Stand Das ist schön Das ist schön An sich hat das Spiel ein sehr sehr schönes Ambiente So Wir können mal hier Zwei 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 Familienhäuser nochmal bauen So Gesua ist nun erwachsen Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen unbedingt nochmal einen Farmer Ohne Farmer läuft hier gar nichts Du musst Farmer werden Zack Ah Guck mal hier Ah nicht Die Tempel Hier ist das Vorratslager Alles klar So Die Für ein Holz Geben die Zwei Pilze Bier Für ein Schwerk Geben die 5 Bier Für eine Rüstung Geben die 6 Bier Ey Wenn nicht so Ja Ach ne Doch Ja Für einmal Pilze Geben die 4 Holz Das macht gar keinen Sinn Für 4 mal Leder Geben die einmal Öl Und für einmal Wolle Geben die 5 mal Stein Das ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht Hallo 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 Dann werde ich denen wahrscheinlich ganz viel Stein abkaufen dann So So Dann werden wir direkt mal Ähm Etwas tun Damit wir handeln können Und zwar Wollen wir jetzt Wegweiser bauen Und zwar Hier einen Wegweiser hin Na ja Hier hin Da wird ein Wegweiser gebaut jetzt Baut ja aus dem Nichts Er braucht keine Materialien dafür So So Katla ist nur erwachsen So Katharina Dann heirate doch mal Irgendwem ist mir fast egal So Geht dann hier rein Und Und Ihr Macht direkt nochmal Kinder Ihr seid so richtige Zeugungsmaschinen Ja So So Er baut die Scheiße So Hat Katla geheiratet Ja So Jetzt ist hier ein Wegweiser Da es aber noch keinen anderen Wegweiser gibt Es sind hier noch keine Schilder Sprich wir sagen eben Du baust hier Ist noch ein Wegweiser Ist noch ein Wegweiser Man muss sie in einem kleinen Abstand zueinander aufbauen Damit die sich gegenseitig finden Die haben nur einen bestimmten Radius Frag mich nicht welchen Aber das klappt schon Wir sind doch Wir haben doch schon einen Jägermeister oder? Jägermeister Geil So Und Dann werden wir als nächstes direkt hier Wolle machen Und einen dieser Leute Zum Trägermeister machen Und dann zum Händler Dann werden wir direkt mal ein bisschen Handeln Mit den Lieben Leuten Wir können doch direkt mal den Leuten hier ihre Nahrung geben Sehr schön So Und Wir sind hier jetzt als freundlich gegenüber Da siehst Du Jetzt haben die nämlich beide ein Schild Sehr schön Jetzt bauen wir noch den Bauen wir noch einen Ach ja genau Man sieht hier in der Abgrenzung Wann spitzens wieder eins gebaut werden muss Also hier muss eins gebaut werden Das war das Jetzt bist du da Achso Wir haben noch 21 Nahrung hier und ähm da haben wir noch 16 Nahrung Also wir haben definitiv genug Nahrung im Moment Ich nies gleich Ich muss gleich Ich muss gleich niesen Moment eben So ich bin wieder da Das niesen wir gut So das hat jetzt wieder Sehr gut So jetzt nochmal Verstaut 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 So So und sobald hier alles fertig gekundschaftet ist Machen wir den Kundschafter auch zu irgendwas So So Und jetzt wahrscheinlich das letzte Mal Ich hoffe das klappt Ich hoffe das ist noch nah genug dran So So Du bist erwachsen geworden Du bist erwachsen geworden Da wo Bart ist nun erwachsen geworden So Dann Müsst du da wo rein Und heiratest direkt wie dir neben dir steht Ich hab gedacht dass er nie heiratet Der heiratet echt dir nichts besser So Du mein lieber Freund Du bist Träger Im Lager Ja Und trägst das was das Zeug hält Träger Typ So und du meine liebe Frau Heiratest jetzt irgendwen Und nimmst die